So wie viel Ruf habe ich denn noch? Ich habe jetzt noch 5 Stück. Mit dem hier identifiziere ich den Spaß immer. Dann haben wir das auf jeden Fall hinter uns. Mehr brauchen wir auf jeden Fall nicht mehr. Neue Bäume anpflanzen kann ich mal. So natürlich den ausreichenden Abstand zu unserem Haus. Nehme ich mit dem Spaß immer mit. Warum regnet das so krass? Warum regnet es so krass? Und da kann ich mir endlich eine Flower basteln. Habe ich denn noch genug für? Ne habe ich auch nicht mehr. Schade eigentlich. So. Na gut. Dann sammle ich mal Puff und noch ein bisschen davon. Die Blumen sollte ich noch echt aufheben für die Momente wenn ich wirklich mal geistig ein bisschen ruhig bin. So wollen wir jetzt mindestens 2-6 von dem Spaß hier. Das wird auf jeden Fall nicht lustig. Aber na gut. Kannst du machen nichts musst du gut hinzu. So. Wo war denn die andere Bisonerde? Das war glaube ich die beiden Einzelnen und die andere Bisonerde müsste dann so schräg unten drunter hier sein. Ich würde gerade sagen, ich beziehe mir immer Feuer an den Bisonerden. Aber bei diesen Feuer sind ja sowieso Wegweiser. Aber ich habe ja gar nichts für Feuer dabei gerade. Ich habe ja alles weggelegt damit es nicht nass wird. Ein paar Blümchen sollte ich mitnehmen. Dann verignifizieren wir hier mal ein bisschen wieder. Ich hätte mir irgendwie mehr erhofft, dass wir mehr gesammelt haben. Da ist noch was. Da oben. Da ist noch eins. Hier ist noch eins. Wir können aber wieder ein bisschen davon mitnehmen. Das ist noch ein guter Brennstoff. Weil wir haben Brennstoff ohne Ende in unserer Gegend dann wachsen. Das heißt, hier ist so eine Fliege auf meinem PC. Ich dachte, dass Gott zum Spiel wird. Wir müssen ein Feuer machen und dann am Feuer lachen. Da, 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 da. So. Hat es aufgehört mit Regnen? Fast. Habe ich hier noch Puff drinnen zufällig? Nein. Aber da habe ich dieses Ding hier noch drinnen. Jetzt, das tue ich jetzt mal hierher blenden. Dann haben wir hier noch den Spaß drinnen. Daraus mache ich mir jetzt eine neue Gierlande. Für unsere Motivation. Und dann kann ich den ganzen Spaß wieder ins Inventar tun, denn es hat aufgehört mit Regnern. Das ist da nicht. Äh, Quatsch. Nicht das. Das ist da nicht unbedingt. Das brauchen wir nämlich wirklich nicht. Das ist da auch nicht. Aber das auf jeden Fall noch. So, sechs Puff habe ich noch gesammelt. Hier noch. Da noch. Und da oben. Nö. Nö. Nö mit. Ja, nimm doch mit. So, da haben wir jetzt eine Menge Ferie, die scheißt schon hier. Da war wieder so ein Schatten. Wir sind es geht also nicht besonders gut momentan. Aber ich glaube, das sieht man auch. Dass wir schon bessere Zeiten hatten. Weil nahrungstechnisch. Was kann ich denn hier noch bauen? Ich kann noch einen Bart abschärfer machen. Schafe. Kann ich da mal hier reinpacken. Genau so. Oh, heute ist vollmond. Okay. Das ist geil. Das heißt, ich kann heute Nacht arbeiten. Oh mein Gott. Es ist vollmond. Scheiße. 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 Kann ich, kann ich, kann ich, kann ich. Kann ich mir noch einen bauen? Ich kann mir noch einen basteln. Ich kann mir noch einen basteln. Ja, nimm mit das Ding. Guck mal hier. Oh mein Gott. Das wollte ich nicht. Das wollte ich wirklich nicht. Es war nicht geplant. Es war nicht geplant. Es war nicht geplant. Ich bleibe ich noch mal in Ruhe. Oh. Alter Vielleicht wird es übrigens kritisch für uns I can't carry more stuff Das war, ich wollte nicht angreifen, echt nicht Das war, naja logisch, dass ich das echt nicht wollte Das war jetzt echt ein unglücklicher zu, wir müssen unbedingt zurück und was essen Die sehen immer so, oh, das tut mir richtig leid, wenn ich die jedes mal so zurück lasse So Ach so kann ich schön So, dann kann ich erstmal ganz kurz den Hammer weglegen und den Spaß hier weglegen, so Und die Kürbisse mitnehmen Habe ich gerade Samen dabei? Ne, habe ich nicht So, Moment Wo habe ich denn meine Samen hingetan? Ach da sind sie noch Blind bin ich nur Wer nicht, ich bin nur blind So Und dann habe ich noch ein bisschen Essen, tut mir leid, wirklich Ich wollte euch das nicht abziehen, aber ich brauche das zum Überleben Ihr müsst das so sehen, wenn ich überlebe Dann, ähm, baue ich mir hier eine Festung hin und dann kümmere ich mich lieber um euch Und dann geht es euch immer gut So müsst ihr das sehen, ihr müsst das aus beider Seiten sehen Ihr gebt mir hier ein, zwei Mal euer Fell Und dafür geht es euch dann im Endeffekt auch gut, weil euch nichts mehr passiert Aber wenn ich groß und stark bin, beschütze ich euch von den ganzen bösen Monstern Das war meine Ansprache an die Bisons Jetzt erzähl mir mal einer, ich wäre ja verrückt, dass Schmittchen reden würde oder so So Möhre kochen Braten Wie auch immer So Wassermelone noch Jetzt geht es mir ja vorerst erst mal gut wieder Aber es wird schon wieder dunkel Es wird schon wieder dunkel Nicht wieder angreifen Ja, ja, ich kenne doch so ein hässliches Ding dir, Bastian Das ist aber kein Steck ich nur eine gleiche her So Ähm, ich würde viel mehr mir lieber, ähm Dress basteln Da muss ich einen umbringen dafür, okay, das habe ich ja nicht vor Spinne Fashion Melon Fashion Melon Refreshing but stinky Erfrischt aber stinkt Ice Cube Science on the rocks Beekeeper Ähm, Featherhead Dress Dress for your head Good for hiding Dabberwest Vaporwest Wäre vielleicht die Option, um sich vor, äh Den Hunden zu verstecken Na gut Ein bisschen Zeit habe ich noch Oh, jetzt fangen die Bäume schon mal anzuwachsen Das ist sehr gut Äh, ich brauche auf jeden Fall Samen Ich brauche richtig viele Samen Und dann ist die Ernährung eher so ein bisschen, ja, ich finde immer mal irgendwie was, aber Ewig kann es damit ja auch nicht weitergehen Einem so Hungry, der sagt das wieder Tut mir echt leid für euch Jungs, aber ihr kriegt euer Featherhead vor dem Winter wieder Es ist ja noch Frühling Oder spätestens Sommer Von daher macht euch da mal keinen Kopf So, ich würde jetzt gerne Sicken Achso, Sicken könnte ich auch noch nehmen für das Zeug, ne Äh, ich würde gerne Woodwarf ist ein bisschen teuer Ich würde gerne das hier machen Ah, da brauche ich die Stöcker Ähm Samen Sehr schön Samen 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 Shanen Sand Szen Und da noch einmal Und dann wird es ja ganzesautherslicting ein bisschen schneller Und zwar alles ein bisschen schneller Und wir müssen hier mal das Feuer ein bisschen anschauen Es tut mir doch leid jetzt Nine Jetzt guckt mich nicht so traurig an Ähm, Ok Gut es tut mir doch wirklich leid ich wollte das alles nicht können wir nicht in friede miteinander leben sammeln 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 okay finger weg von meinem zeug du kleiner unhold die nächte werden auch die tage gar nicht länger oder kürzer ist immer noch frühling anscheinend okay ich mache jetzt einmal eine heuwahl hey 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 doch mal ich will dir da was erzählen von mir was mache ich da überhaupt ich kann immer noch nachts rumlaufen das ist geil dann gehe ich mich dann mal zu der anderen bison herde zwei tage lang vollmund ist aber ein bisschen strange na egal alter alter das wird so viel wolle das ist so geil das kann ich schon weggehen Sooo. Hat noch einer, Phil? Nein, das tut mir leid. Sooo, vorsichtig alles mitnehmen, damit hier nicht irgendwie einer der Kippen von mir. Ah, das sind so viele Bisons. Das ist gut, dass es so viele sind. Weil... Dann muss ich wirklich nicht nochmal kommen. Zumindest... Wie lange das reichen wird, das Zeug hier. Da kann ich mich schwarz dran bi-falo-union. Super. Ähm... Ich mach mir jetzt hier mal einen Moment. Also hab ich gar nicht, okay. So, die Kacke nehm ich mir trotzdem noch mit. Sooo, jetzt aber egal. Jetzt ist genug hier. Ich hab jetzt genug Zeug von denen gesammelt. Waren zwei Nächte lang voll wohnen. Unser Leben. Unser Leben. Unser Leben. Unser Leben. Oh mein Gott. 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 Nee, ist das hier die Herde? Nee, ist es nicht. Das ist die andere. Das ist die andere. Ja, ja, das würde ich mit auch zureden. Du hast das Leben von hier hinein kaputt gemacht. Ah, nee, das ist doch die andere. Nee, das ist... Jetzt ist es wieder richtig. So, kochen. Essen. Okay, jetzt geht es aber ab hier. Jetzt, äh, erst mal essen. Pick up Mainwall. Weiß ja nicht, also ich habe kein Problem damit. Die können sich ruhig ans Feuer mit setzen, wenn sie möchten. Dann wäre, würde ich zumindest mir ein bisschen besser vorkommen. So. Land. Jetzt, das Zeug bloß nicht fressen. Ich muss das unbedingt auf die Felder bringen. So. Firmelfise, Firmelfise, Firmelfise. Mitnehmen. So, jetzt haben wir hier wieder ein bisschen was von dem Zeug. Hau ab da, hau ab da, hau ab da, Vogel. Nein. Ach, komm schon. Ich habe schon. Ich habe schon wieder Hunger. So. Ich denke, was ist das denn für eine komische Nacht jetzt und dabei habe ich einfach Hunger gehabt. So. So. Da sind wir wieder einer. Moment. Den platziere ich jetzt auch erstmal direkt hier. Und Firmelfise. Und Firmelfise. Ich glaube, die gibt viel. Die ist, glaube ich, selten die Drachenfrucht. Jawohl. Und wie viel die gibt. Geil. 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 Oh, geil. So. Die ganze Mist hier mitnehmen. Jetzt hier alles abgehenden, habe ich noch ein bisschen Zeug dabei. Puff. Ja, ein bisschen habe ich noch, dann tue ich den einmal hier. Firmelfise. So. Kein Puff mehr, keine Samen mehr. Sieht echt eng aus bei uns. So. Da, da, da sind Samen, was sind Samen, was sind Samen, was sind Samen? So. Samen? Oh mein Gott, Samen, 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 Samen. Oh, Alter, mich hier gerade abgewegen den Samen. Aber es muss sein, es muss einfach sein, wir brauchen das jetzt. Samen? Samen? Nicht wundern, Leute, das ist alles für guten Zweck. Mut für die Welt. Nein! Ich bin so selten dämlich. Echt so selten dämlich. Samen? So. Da hinten sind Samen. Pickup Menu. Super. Land? Oh, ist das süß, die Biese uns am Feuer so. Danke, falls sie mir wenigstens sehen, sie mir wenigstens ein bisschen glücklicher aus und sie schlafen. Das ist süß. Ich habe auch schon so meine Idee mit dem Ding hier, was ich hier kaputt gemacht habe. Also Fell gemacht habe. Keine Angst, da habe ich schon eine Idee. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, was haben wir denn momentan hier noch. Der Kiste aber hat nichts mehr erstrebenswertes, gell? Ne, da waren nur Werkzeuge ohne Ende. Boah, ich gucke mir dieses ganze Fell, was wir gesammelt haben, an. Ähm. Science. Groove Seeds. Groove Seeds. Kann ich nicht irgendwie Seeds bekommen? Ich brauche unbedingt Seeds. Gibt es nicht irgendwas, was Seeds macht? Oh, ist die Siebel Salz. Oh, ist die Siebel Salz.